Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. Stellen Sie sich vor, wir könnten Anzeichen für Krebs aus ganz einfachen Blutproben herauslesen. Und das mit einer Genauigkeit wie nie zuvor, bevor es zu spät für eine Behandlung ist. Eine Erfindung des österreichisch-ungarischen Forschers, Ferenc Kraus, will das möglich machen. Und dafür hat der Wissenschaftler jetzt den Nobelpreis für Physik bekommen. Es hat mich sehr fasziniert, dass man in eine Welt möglicherweise vorstoßen kann, wo ein Mensch vorher nicht war. Über diese bahnbrechende Errungenschaft sprechen wir heute. Und darüber, wie Kraus' Erforschung von sogenannten Atosekunden neben der Medizin auch die Computertechnologie in ein neues Zeitalter führen könnte. Ich versuche festzustellen, seit ungefähr 11 Uhr, das sind jetzt immerhin viereinhalb Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte. Für Ferenc Kraus selbst war dieser Physik-Nobelpreis sehr überraschend, wie man in den ersten Interviews nach der Verleihung hier zum Beispiel auch mit dem ORF gehört hat. Vor allem, weil auch viele Menschen nicht damit gerechnet haben, dass zum zweiten Jahr in Folge ein Nobelpreis nach Österreich kommt. Tanja Traxler aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Wie sehr hat dich das überrascht? Ja, das war tatsächlich eine aufregende Überraschung in einer ohnehin sehr aufregenden Woche, wie du auch gesagt hast. Es war überraschend und zugleich nicht überraschend, dass Ferenc Kraus sehr weit oben auf der Liste der potenziellen Physik-Nobelpreiskandidaten steht. Das ist schon seit vielen Jahren klar. Es ist nur beim Physik-Nobelpreis so, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass oft alternierend Nobelpreise für sehr kleine Physik, also für Quantenphysik oder Teilchenphysik vergeben wird und dann im darauffolgenden Jahr für Astrophysik oder Physik der großen Maßstäbe sozusagen. Jetzt hatten wir aber letztes Jahr ja einen Nobelpreis für Quantenphysik, wo auch der Anton Zeilinger ausgezeichnet worden ist. Und deswegen hätte ich diesmal auf einen astrophysikalischen Nobelpreis getippt. Also halten wir mal fest, Quantenphysik und ich glaube auch die Elektronen, mit denen sich Ferenc Kraus beschäftigt, die gehören zur sehr kleinen Physik, wenn ich das richtig verstehe. Der Vollständigkeit halber, Ferenc Kraus hat diesen Preis nicht alleine gewonnen, oder? Genau, er hat einen Co-Preisträger und eine Co-Preisträgerin, Pierre Agostini, der französische Wurzeln hat und seit langem in den USA tätig ist. Und Anne Luyer, eine französische Physikerin, die an der Universität Lund tätig ist. Es war der fünfte Nobelpreis in Physik an einer Frau. Auch ein schönes Signal. Darüber können wir später auch noch reden. Aber Tanja, du hast auch den österreichischen Preisträger Ferenc Kraus schon mal persönlich getroffen, oder? Kannst du davon ein bisschen erzählen? Ja, also Ferenc Kraus hat ja viele Jahre seiner Forschungstätigkeit in Wien verbracht. Es sind auch die Nobelpreisarbeiten eigentlich, kann man sagen, in Wien großteils entstanden. Also ich hatte eine wunderbare Zeit in Wien erleben dürfen. Eigentlich die schönsten und gewissermaßen auch die produktivsten Jahre meiner wissenschaftlichen Karriere. Und auch nach seinem Weggang aus Wien nach München oder nach Gachen genauer gesagt, ist er immer wieder zu Gast in Wien, hält Vorträge und so weiter. Und nachdem ich ja in Wien Physik studiert habe, gab es da immer wieder Gelegenheit, Vorträge mit ihm zu genießen oder Gespräche zu führen. Das heißt, das ist jetzt mindestens schon der zweite Nobelpreisträger, den du kennst, weil mit Anton Zeilinger hast du ja auch zusammengearbeitet. Ja, genau. Viel intensiver als mit Ferenc Kraus, weil ich da auch am Institut studiert habe. Eine aufregende Zeit für die Wiener Physik auf jeden Fall. Da gibt es auch eine spannende Aufnahme im ORF, wo Anton Zeilinger, der frühere Nobelpreisträger, über Ferenc Kraus, den neuen Nobelpreisträger, redet. Es war mir schon damals klar, da haben wir vielleicht einen künftigen Nobelpreisträger vor uns. Erstens einmal an diesem Durchbruch, den er gehabt hat mit den Atosekundenpulsen und zweitens an der Begeisterung und so weiter, mit der er an die Sachen herangegangen ist. Und auch sehr sympathisch dann die Reaktion von Ferenc Kraus wieder andersherum auf Anton Zeilinger. Das ist unglaublich wohltuend für mich. Ich habe eine ganz, ganz große Ehre für Herrn Zeilinger und seine großen Errungenschaften. Eine nette Freundschaft unter Wissenschaftlern. Aber schauen wir uns jetzt noch ein bisschen die Inhalte an, für die Ferenc Kraus dieses Jahr jetzt eben den Physik-Nobelpreis bekommen hat. Und Reinhard Kleindl, auch aus dem Standard-Wissenschaftsressort, du hast über diese Experimente von Kraus einen Artikel geschrieben für den Standard. Es geht um sogenannte Atosekunden. Ein Wort, das ich bis vor kurzem noch nicht gekannt habe. Was ist denn bitte eine Atosekunde? Ja, man kennt diese Superlativen von den Speichermedien. Da gibt es dann irgendwann Petabyte oder solche Dinge. Also Atosekunden ist einfach ein Wort, das für etwas sehr, sehr, sehr Kleines steht. Ein schönes Beispiel ist, eine Atosekunde ist so kurz, dass sie sich zu unserem Herzschlag zum Beispiel so verhält, wie unser Herzschlag des Universums. Also das sollte man auch gar nicht mit Zehnerpotenzen oder Zahlen anfangen. Das ist einfach unfassbar klein. Dem kommt man mit Worten nicht wirklich näher. Interessant ist, dass dort sehr stark diese Effekte der Quantenwelt sich abspielen. Ich finde das immer sehr spannend, dass jetzt diese Quantenphänomene eben solche Anwendungen bekommen und so gut kontrollierbar werden. Es hat mich sehr fasziniert, der Gedanke, dass man in eine Welt möglicherweise vorstoßen kann, wo Mensch vorher nicht war und wo wir über die Vorgänge sehr wenig wissen. Weil man hat sich lange Zeit versucht zu fragen, wie soll man diese Welt im Kleinsten verstehen und gibt es dort überhaupt eine Realität oder so. Man kann das inzwischen immer besser kontrollieren und erstaunliche Dinge damit tun. Und das ist da auch passiert. Also da geht es darum, dass man Pulse aus Laserlicht extrem kurz macht und auf extrem kleinen Raum fokussieren kann. Und damit lassen sich Vorgänge auflösen, die man für nicht zugänglich gehalten hat. Weil man einfach in so kleine Zeiteinheiten reinschauen kann, wie bisher nicht möglich war. Genau, der Ferenc Kraus hat das mit einer Schnellkamera verglichen. Also wie wenn man mit einem Blitzlicht Dinge in einem Raum erhält und ganz kurze Momente damit auflöst. Und da kann man einen Film machen damit quasi. So hat er das auch ausgedrückt. Und die Phänomene, die man damit ansehen kann, sind halt wahnsinnig interessant. Einerseits aus einer Grundlagenperspektive, aber auch für technische Anwendungen. Vielleicht kurz, du hast gerade schon gesagt, das Ganze betrifft Quanten. Ich habe auch gelesen, dass es Elektronen betrifft. Also dass sich das Ganze in der Welt der Elektronen abspielt. Was machen diese Elektronen? Spannend ist, was wir fotografieren oder festhalten wollen. Sie halten unsere Körper zusammen zum Beispiel. Also das ist auch ein Bild, das Ferenc Kraus benutzt hat. Die Atome werden eigentlich durch kräftete Elektronen zusammengehalten. Atome werden durch Elektronen aneinander gebunden und daraus bilden sich Moleküle und aus denen sind wir aufgebaut. Das heißt, diese Kräfte, die Moleküle bilden, um die zu verstehen, muss man Elektronen verstehen. Wie fließen sie? Wie bewegen sie sich? Und das ist sehr, sehr schwierig, weil es da um enorm schnelle Effekte geht. Eben im Bereich von Atosekunden. Und die kann man eben damit auflösen. Das ist eines der interessanten Ergebnisse dieser Nobelpreisforschung, dass es eben nicht nur darum gegangen ist, überhaupt diese Atosekunden-Pulse zu erzeugen. Das allein war ein Rekord, ein außergewöhnlicher. Aber es hat sich herausgestellt, dass man damit einfach wirklich Informationen gewinnen kann über das Ziel, auf das man diese Pulse richtet. Es gibt ja, soweit ich noch aus der Schule weiß, viele verschiedene Arten von Atomen. Und wir können jetzt einfach mit diesen Möglichkeiten besser verstehen, warum die so funktionieren, wie sie funktionieren, warum sie zusammenhalten, warum sie so ausschauen, wie sie ausschauen. Versteht ihr das richtig? Genau. Und in chemischen Reaktionen werden diese Bindungen ja gelöst und neu zusammengesetzt. Das heißt, dort spielt sich vieles ab. Und man kann damit eben untersuchen, wie Elektronen dort interagieren in so einem Umfeld. Also ganz wichtige Grundlagenforschung, würde ich sagen. Du hast doch schon gesagt, es gibt da praktische Einsatzmöglichkeiten. Was kann man praktisch mit solchen Atosekunden-Elektronen machen, was ich dann auch in meinem Alltag irgendwie verwenden oder einsetzen kann? Ein Anwendungsgebiet, das liegt noch in einigen Jahren in der Ferne. Also da ist von 10 bis 20 Jahren die Rede. Aber die Halbleiterindustrie setzt da Hoffnungen darin. Das ist auch etwas, was Krauss stark betont hat, dass die Miniaturisierung der Computertechnologie an die Grenze gelangt. Also man kann Leiterbahnen nicht mehr wesentlich kleiner machen. Da spielen sich schon alle möglichen Kanteffekte ab dort, weil das so miniaturisiert ist. Bisher hat man lange Zeit Computer schneller gemacht, indem man sie kleiner gemacht hat. Und das geht nicht mehr. Und Krauss verspricht sich zum Beispiel von der Technologie, von der Atmosphysik die Möglichkeit, schneller schalten zu können. Transistoren sind da im Spiel. Computer, Schaltkreise sind Transistoren. Und dieser Bereich war bisher nicht zugänglich. Und der rechnet man in einer großen Beschleunigung noch einmal, wenn man es schafft, diese Transistoren einfach schneller zu machen, indem man Quanteneffekte, die dort auftreten, aktiv nutzt, um sie zu schalten, zu verwenden. Ein anderer Anwendungsbereich liegt in der medizinischen Forschung. Da arbeitet auch ebenfalls Ferenc Krauss mit seinem Team am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München daran, dass man Atosekundenlaser für extrem genaue Blutanalysen heranziehen könnte. Das klingt ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Es gibt ja auch in Kalifornien Unternehmen, die damit famos gescheitert sind. Aber wenn sich diese Vision wirklich umsetzen lässt, dann könnte es möglich werden, durch diese Technologie sehr frühzeitig zum Beispiel Biomarker zu detektieren für verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel Brustkrebs oder auch andere Erkrankungen, wo man eigentlich erst mit der heutigen Medizin sehr spät aufmerksam wird, wenn diese Krankheit schon voll ausgebrochen ist und wenn die Behandlungsmöglichkeiten schon viel eingeschränkter sind. Also das ist ein sehr aufregender, visionärer Ansatz, der in einer sehr vorausschauenden Medizin auch stark personalisiert münden könnte. Wenn das gelingt, wird sich Ferenc Kraus vielleicht sogar auch noch zu einem Kandidaten für einen künftigen Medizin-Nobelpreis machen lassen. Aber zuerst muss er jetzt einmal seinen Physik-Nobelpreis am 10. Dezember für dieses Jahr entgegennehmen. Also auf der einen Seite sehr kleine und leistungsfähige Computer, auf der anderen Seite eine Analyse von Blut, mit der man Krankheiten vielleicht sehr früh erkennen kann. Jetzt habt ihr ja beide auch einen Background in Physik. Wie bedeuten würdet ihr diese Forschung einordnen, für die da jetzt der Nobelpreis verliehen worden ist? Ja, auf jeden Fall sehr bedeutend. Das ist einerseits bedeutend für die Grundlagenforschung, weil, wie Rainer auch schon erwähnt hat, da das Verhalten auf atomarer Ebene viel besser erforscht werden kann. Es ist auch wirklich eine herausragende Ingenieursleistung, muss man sagen, so eine Art von Laser zu konstruieren. Und wie eben viele fundamentale Durchbrüche in der Grundlagenforschung ergeben sich daraus auch sehr spannende Anwendungsmöglichkeiten. Das Schöne bei der Grundlagenforschung ist ja auch, dass sie anfangs einmal zu nichts gut sein muss. Die Anwendung ist dann sehr schön, aber gerade bei sowas Fundamentalem lässt sich das noch gar nicht so wirklich abschätzen, was da alles noch passieren kann. Da wird noch viel mehr kommen, glaube ich. Wir sind gleich wieder da. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten daraus liefern. Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler. Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur. Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert. Wo die Aliens bleiben. Und die Fusionskraftwerke. Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcast gibt. Tanja Reini, jetzt ist der Physik-Nobelpreis, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben, nicht der Einzige, der diese Woche verliehen worden ist. Es ist jeden Tag ein Nobelpreis verliehen worden. Wer und was wurde denn da bisher sonst noch ausgezeichnet? Wir zeichnen diese Folge ja jetzt am Mittwochnachmittag auf. Und bisher wurden die Nobelpreise in den drei wissenschaftlichen Kategorien vergeben. Traditionell die Medizin am Montag, die Physik am Dienstag. Und heute am Mittwoch war Chemietag. In den nächsten Tagen stehen noch Literatur an und Frieden. Und kommenden Montag folgt dann noch die Alfred-Nobel-Gedächtnismedaille für Wirtschaftswissenschaften. Kein echter Nobelpreis, aber zielt trotzdem irgendwie dazu. Und bei den bisherigen wissenschaftlichen Nobelpreisen dieses Jahr gab es eben einige Überraschungen. Am Montag wurde jetzt endlich doch noch die mRNA-Impfung ausgezeichnet. Also die Wegbereiter, die diese neuartige Impfstoffe auf den Weg gebracht haben. Katalin Kariko und Drew Wiseman. Die standen ebenfalls schon auf jeden Fall letztes Jahr auf unserer Liste. Und ja, manche hatten sie auch schon im Jahr zuvor am Radar. Und die leisteten eben durch ihre Erkenntnisse zu Messenger-RNA und wie sie für Impfstoffe genutzt werden kann, einen ganz wesentlichen Beitrag für die Grundlagen von solchen neuartigen Impfstoffen. Kariko ist ja auch für das Unternehmen BioNTech tätig, das eben den Impfstoff gemeinsam mit Pfizer auf den Weg gebracht hat, den vermutlich viele von uns intus haben. Und auch der Impfstoff Moderna basiert auf derselben Technologie. Für die Zukunft erhofft man sich auch da, dass weitere Impfungen daraus entwickelt werden könnten. Zum Beispiel therapeutische Impfungen bei Krebs und so weiter. Und heute gab es dann eine ziemlich überraschende Panne beim Nobelpreis. Nämlich? Und zwar ist es nicht nur in Österreich offenbar, haben so manche Probleme, E-Mails korrekt zu verschicken oder auch nicht. Darüber haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht diese Woche. Können wir verlinken in den Show Notes? Auch in Stockholm dürfte das passiert sein. Und durch so eine E-Mail-Panne, ein E-Mail-Leak, ist die Liste der drei Preisträger schon vorab an die Öffentlichkeit gedrungen. Was total interessant ist, weil das Statement des Nobelpreiskomitees war, nein, das ist noch nicht entschieden, wer den Preis bekommt. Wir gehen davon aus, dass es längst entschieden war, aber dass man eben das nicht bestätigen wollte. Bis man es dann offiziell gesagt hat, es waren natürlich die drei. Was auch eine Überraschung war, weil es wieder Quanten waren. Also ein Thema, das auch an der Grenze zur Physik sich ganz stark bewegt. Den Kubin-Nobelpreis haben drei Forschende bekommen, die sich mit sogenannten Quanten-Dots oder Quantenpunkten beschäftigen. Das sind Nanopartikel, also nicht Atto diesmal, sondern deutlich, deutlich größer, aber auch nicht so groß wie Mikro, sondern eine Stufe kleiner, also Nanoteilchen, Nanometer-große Teilchen. Die haben interessante Eigenschaften, wenn dort Elektronen drauf sitzen. Diese Elektronen haben da irgendwie zu wenig Platz drauf. Und das führt zu interessanten Eigenschaften. Je nach Größe dieser Nanoteilchen können die unterschiedlich farbiges Licht zum Beispiel aussenden. Das kennen wir in Display-Technologien, also in Form von LED-Technologien. Sehr, sehr spannend. Und Tanja, was du vorher schon angesprochen hast, wenn ich das richtig gemerkt habe, es sind auffällig viele Frauen jetzt über diese ersten drei Tage schon ausgezeichnet worden, oder? Ja, also es gab eben am Montag einen Medizin-Nobelpreis für eine Forscherin. Und auch gestern ist der Physik-Nobelpreis auch einer Physikerin zugesprochen worden. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch immer wieder Jahre dabei, wo gar keine Frau ausgezeichnet worden ist. Ja, also es war ein schönes Signal diesmal, dass in zwei Kategorien auch weibliche Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet worden sind, auch weil die Nobelversammlung sich eigentlich vor ein paar Jahren dazu bekannt hat, da auch mehr Diversität walten zu lassen bei den Auszeichnungen. mit, würde ich mal sagen, bescheidenem Erfolg, auch was die Herkunft der Preisträger und Preisträgerinnen angeht. Da wäre durchaus noch ein bisschen mehr Abwechslung möglich. Aber es gibt ja viele dokumentierte Fälle, wo Frauen wirklich völlig außen vor gelassen worden sind bei Nobelpreisen. Wir hatten vor kurzem einen Podcast zu Lisa Meitner, die 49 Mal nominiert wurde, ihn nie bekommen hat. Jocelyn Franklin ist ein anderer Fall oder auch Vera Rubin. Also diese Zeiten scheinen hoffentlich vorbei, wo ganz klar eindeutige Kandidatinnen so klar übergangen werden. Und das ist ja erst der fünfte Physik-Nobelpreis für eine Frau seit der Geschichte der Nobelpreise, was total irre ist. Ich sehe das ja auch außerhalb der Akademie, außerhalb der Nobelpreise eine Entwicklung, dass Frauen mehr repräsentiert werden in den Wissenschaften? Ja und nein. Also es gibt da schon viele Bemühungen, die Frauenquote zu heben, den Frauenanteil zu heben. Aber auch mit bescheidenem Erfolg. Wir sehen in Österreich, aber auch in vielen anderen Ländern, dass Frauen in Physik, aber auch in anderen Naturwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften oder Technik einfach auf jeder akademischen Stufe weniger werden. Vom Bachelor zum Master, vom Master zur Dissertation, von der Dissertation in Assistentenstellen und dann überhaupt bei Professuren. Und da gibt es zwar viele Bemühungen, aber ja, so richtig den durchschlagenden Erfolg haben die bislang noch nicht. Bei der Sichtbarkeit und das Aufzeigen von Role Models, da hat sich schon einiges getan und auch beim Bewusstsein, dass da noch ein bisschen was zu tun ist. Wenn wir jetzt nochmal nach Österreich schauen, eben wegen diesem österreichischen Nobelpreis, das zweite Jahr in Folge. Wie steht es um die Wissenschaft und Forschung hierzulande? Können wir stolz sein auf die österreichische Forschung und Wissenschaft? Ich denke schon, ja. Wir können auf jeden Fall stolz sein. Auch wenn natürlich auch immer mehr gemacht werden konnte. Gerade in der Physik scheint es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch immer wieder gelungen zu sein, dass aussichtsreiche Forscher, in dem Fall Anton Zeilinger und Ferenc Kraus, auch ausreichend unterstützt worden sind. Bei beiden ist es so, dass wenn man sich ansieht, die Zitationsliste bei der Nobelpreisauszeichnung, da gibt es dann immer eine Liste mit den zitierten Arbeiten, die relevant waren für die Entscheidung des Preises. Und in beiden Fällen würde ein überwiegender Teil der Nobelpreisarbeiten vom österreichischen Wissenschaftsfonds FEF gefördert. Das liegt natürlich alles Jahre und Jahrzehnte zurück, wo richtige Entscheidungen offensichtlich getroffen worden sind, wo auch die entsprechenden Forscher an den jeweiligen Forschungsinstitutionen, Universität Wien, Universität Innsbruck, TU Wien insbesondere, aber auch Akademie der Wissenschaften, eben entsprechende Rahmenbedingungen vorgefunden haben. Das funktioniert nicht in allen Fächern ähnlich gut und das funktioniert auch nicht bei jedem einzelnen Individuum. Wir haben vor drei Jahren einen Nobelpreis für Emmanuel Charpentier gesehen, für die Entwicklung der Genscherre CRISPR-Cas. Charpentier hat auch kurze Zeit ihrer Karriere in Wien verbracht, aber nur wenige Jahre und ist dann Mangelsoptionen in Wien leider weitergezogen worden und es gab auch kaum Bemühungen, sie zu halten. Vielleicht ist es so, dass man als kleines Land auch einfach Schwerpunkte setzen muss und bei Physik, insbesondere Quantenphysik, scheint das schon durchaus zu gelingen. Es wäre natürlich schön, wenn es darüber hinaus auch in anderen Disziplinen, wo es ja wirklich auch herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ganz Österreich gibt, dass die auch entsprechend unterstützt werden können. Quantenphysik ist ein gutes Beispiel, kleine Teilchen für ein kleines Land. Rainer, wie siehst du die Wissenschaft in Österreich? Ja, das hat auch Ferens Kraus jetzt betont, dass er alles zur Verfügung gehabt hat, damals in Österreich, um eben diese Arbeit zu starten. Und das Experiment, das jetzt ihm den Nobelpreis gebracht hat, ist ja auch in Wien durchgeführt worden, in der TU. Das haben sowohl der Zeiling als auch der Kraus betont, dass sie die Freiheit hatten, eben etwas zu verfolgen, was ihnen interessant vorkommt. Zeiling hat schon auch jetzt in einer Stellungnahme betont, dass das nicht sicher ist, ob das deutlich mehr verschult ist und deutlich strikter ist alles. Er hat ein bisschen die Frage gestellt, ob das jetzt noch so ginge, aber im Großen und Ganzen, das hat sehr, sehr gut funktioniert, denen auf die Sprünge zu helfen. Hoffen wir, dass es da wirklich eine Weitsicht gegeben hat in der österreichischen Wissenschaftspolitik und dass wir in den nächsten Jahren noch ganz viele österreichische NobelpreisträgerInnen und vor allem auch sehr viel mehr Frauen noch sehen. Das hoffen wir auch, obwohl solche Tage natürlich für uns immer besonders streitig sind, aber im allerbesten Sinn. Ihr habt es auf jeden Fall gut gemeistert. Und vielen Dank, dass ihr zusätzlich jetzt auch noch hier im Podcast wart. Tanja Traxler und Reinhard Kleindl. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darüber, warum der Friedensnobelpreis dieses Jahr in den Iran geht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Aktuell gibt es dafür besonders gute Konditionen, weil der Standard sein 35. Jubiläum feiert. Alle Infos finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich wieder da. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten bescheiden lassen. Ich bin Scholt Wilhelm. Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch bei den Nobelpreisen. Denn heute am Freitag ist bekannt gegeben worden, wer dieses Jahr den Friedensnobelpreis bekommt. Die Auszeichnung geht an Nagis Mohammadi. Die iranische Frauenrechtsaktivistin wurde für ihren Protest gegen das Regime im Iran mehrmals verhaftet und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch derzeit befindet sich die Aktivistin unter menschenrechtswidrigen Bedingungen im Gefängnis. Als Favorit für den Friedensnobelpreis galt laut Buchmachern der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj. Solange die Ukraine gezwungen ist, sich militärisch gegen Russland zu verteidigen, gilt er als tatsächlicher Preisträger, aber als sehr unwahrscheinlich. Zweitens, seit heute Freitag ist es offiziell, Österreich befindet sich mitten in einer Rezession. Das heißt, die Wirtschaft schrumpft. Das haben die Forschungsinstitute WIFO und IHS bestätigt. Die Nachricht von den beiden Forschungsinstituten WIFO und IHS kommt nicht überraschend. Deutschland steckt ja bereits in einer Rezession und nun müssen die Ökonomen auch in Österreich ihre Berechnungen nach unten korrigieren. Der Grund ist die deutlich schlechtere wirtschaftliche Lage, die so nicht erwartet wurde. Experten haben aber auch zwei gute Nachrichten und den Arbeitsmarkt steht es besser als erwartet. Auch wenn die Arbeitslosenzahl leicht steigt, nimmt die Beschäftigung insgesamt zu. Und die Talsohle in der Wirtschaftsentwicklung ist wohl erreicht. Nächstes Jahr dürfte es also wieder aufwärts gehen. Zum Problem wird die Lage allerdings für die Arbeitnehmerverhandler bei den anstehenden Lohnverhandlungen. Wenn es für viele Unternehmen schlecht läuft, ist ein dickes Gehaltsplus trotz Inflation unwahrscheinlich. Und drittens, wenn sie in Wien leben, dann sind sie jetzt offiziell einer von zwei Millionen. Österreichs Bundeshauptstadt hat laut dem Bevölkerungsmonitoring der Stadt Wien Ende September die 2-Millionen-Marke geknackt. Das sagen zumindest die Prognosen. Ganz offiziell wissen wir es erst Anfang November, wenn die Statistik Austria ihre Zahlen veröffentlicht. Rekord ist es dennoch keiner. Die meisten Menschen haben vor über 100 Jahren in Wien gelebt. Im Jahr 1910 erreichte die Stadt mit 2,08 Millionen ihre höchste bisherige Einwohnerzahl. Mittlerweile ist Wien trotzdem die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum nach Berlin. Und nach Berlin, Madrid, Rom und Paris die fünftgrößte Stadt der Europäischen Union. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie doch in die neue Folge unseres Schwester-Podcasts Edition Zukunft rein. Da geht es um die Frage, wie Achtsamkeit unser Leben und unsere Gesellschaft verbessern kann. Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. In dieser Folge haben Antonia Raut, Scholt Wilhelm und ich selbst mitgearbeitet. Ich bin Tobias Holup. Danke Ihnen fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Alicia Prager. Und ich bin Jula Beyrer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.